Was ist die Abenteuerreise? Ich glaube die größte Herausforderung, eine der größten Herausforderungen ist mit Sicherheit Leute auf die Technologie selber vorzubereiten. Auch wenn sie noch so einfach ist, es ist immer wieder eine Herausforderung ihnen klar zu machen, dass es noch viel einfacher geht, den Wert richtig zu vermitteln und vor allem auch das Produkt richtig anzugeben.